Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Starter-Relay-Schaltung. Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Diagnosefehlercode DTC, der für viele OBDI-Fahrzeuge gilt ab 1996. Dies kann Fahrzeuge von Cadillac, Nissan, Chevy, Buick, Honda, Acura, Infiniti, Peugeot, Toyota, GMC, Chevrolet, Mazda, Ford, Subaru und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Fahrzeug variieren auf Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration, der Fehlercode P0615 ist dem Starter-Relay-Strumkreis zugeordnet, und in den meisten Fällen startet das Fahrzeug nicht, wenn das Antriebsstrangsteuermodul PCM eine Fehlfunktion im Starter-Relay-Kreis erkennt, der auch als Zündschalterkreis bezeichnet wird, es können mehrere Codes eingestellt werden, wenn das PCM aufgrund der spezifischen Fehlfunktion falsche Signale im Starter-Relay-Strumkreis erkennt, diese mit dieser Schaltung am häufigsten verwendeten Codes sind P0615, P0616 und P0617, der Zweck des Starter-Relay-Schaltkreises besteht darin, dem Starter eine Stromquelle zum Anlassen des Motors und Starten des Fahrzeugs bereitzustellen, basierend auf dem spezifischen Fahrzeug und der Antriebsstrangkonfiguration sind mehrere Komponenten an diesem Prozess beteiligt, dieser Stromkreis beginnt an der Batterie und umfasst den Zündschalter, die Sicherungen, den Anlassermagneten, das Anlasser-Relay und verschiedene Sicherheitsvorrichtungen wie Kupplungspositionssensoren und neutrale Sicherheitsschalter, der Code P0615 wird vom PCM eingestellt, wenn eine allgemeine Fehlfunktion im Starter-Relay-Strumkreis festgestellt wird, Starter-Relay in einem Ford, was ist der Schweregrad dieses DTC, der Schweregrad dieses Codes kann sehr unterschiedlich sein, von nur einer beleuchteten Kontrollleuchte an einem Fahrzeug, das startet und zu einem Auto fährt, das überhaupt nicht startet, was sind einige der Symptome des Codes, zu den Symptomen eines P0615 Fehlercodes können gehören, der Motor startet nicht sporadische Vorkommen ohne Kurbel Überprüfen Sie, ob die Motorleuchte leuchtet, was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes, Ursachen für diesen P0615 Code können sein, Zündschalter-Defekt, Starter-Relay-Defekt, Anlassermagnet-Defekt, durchgebrannte Sicherung oder Sicherungsverbindung, falls zutreffend, korrodierter oder beschädigter Stecker, korrodiertes oder beschädigtes Batteriekabel, fehlerhafte oder beschädigte Verkabelung, PCM-Fehlerhaft, Anlasser-Defekt, was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0615, der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin, die Technical Service Buildings, TSBs, für das jeweilige Fahrzeug nach Jahr, Modell und Kraftwerk zu recherchieren, unter bestimmten Umständen kann dies auf lange Sicht viel Zeit sparen, indem Sie in die richtige Richtung weisen, der zweite Schritt besteht darin, die spezifischen technischen Daten für das Fahrzeug zu konsultieren, um festzustellen, ob eine Sicherung in den Starterrelais-Stromkreis eingebaut ist und ob sie gegebenenfalls durchgebrannt ist, wenn die Sicherung in Ordnung ist, sollten Sie alle mit dem Starterrelais-Stromkreis verbundenen Komponenten lokalisieren und auf offensichtliche Schäden prüfen, führen Sie eine gründliche Sichtprüfung durch, um die zugehörige Verkabelung auf offensichtliche Mängel wie Schaben, Reiben, blanke Drähte oder Brandflecken zu überprüfen, als nächstes überprüfen Sie die Anschlüsse und Verbindungen auf Sicherheit, Korrosion und beschädigte Stifte, dieser Vorgang muss alle Kabelstecker und Verbindungen zur Batterie, zum Zündschalter, zum PCM, zum Anlasser, zum Anlasserrelais und zum Anlassermagneten umfassen, erweiterte Schritte die fortgeschrittenen Schritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung, um genau zu funktionieren, diese Verfahren erfordern ein digitales Multimeter und die spezifischen technischen Referenzen für das Fahrzeug, die Spannungsanforderungen richten sich stark nach dem spezifischen Jahr und Modell des Fahrzeugs, Spannungsprüfungen Die Batteriespannung sollte angemessen 12 Volt betragen und der Anlasser sollte eine Batteriespannung haben, wobei sich der Zündschalter in der Startposition befindet, das Vorhandensein von Spannung bei nicht aktivierendem Anlasser ist ein Hinweis auf einen defekten Anlasser oder Anlassermagneten, Der Mangel an Spannung weist auf einen defekten Zündschalter oder ein Verdrahtungsproblem hin Wenn bei diesem Prozess das Fehlen einer Stromquelle oder Erdung festgestellt wird, ist möglicherweise eine Durchgangsprüfung erforderlich, um die Integrität der Verkabelung, des Zündschalters und anderer Komponenten zu überprüfen, Durchgangsprüfungen sollten immer mit Strom aus dem Stromkreis durchgeführt werden, und die normalen Messwerte für Verkabelung und Anschlüsse sollten 0 Ohm Widerstand betragen, sofern in den technischen Daten nichts anderes angegeben ist. Widerstand oder kein Durchgang ist ein Hinweis auf eine fehlerhafte Verkabelung, die offen oder kurz geschlossen ist und repariert oder ersetzt werden muss, was sind einige häufige Reparaturen für diesen Code, Zündschalter austauschen, durchgebrannte Sicherung oder sicherungsfähige Verbindung ersetzen, falls zutreffend, Korrosion von Steckverbindern Reinigen, Verkabelung reparieren oder austauschen, reparieren oder ersetzen von Batteriekabeln oder Klemmen, Starter, Relais austauschen, Anlassermagnet austauschen, Anlasser austauschen, Flaschen oder ersetzen von PCM Häufige Fehler können sein, das Problem besteht darin, den Anlasser oder das PCM auszutauschen, wenn die Verkabelung oder eine andere Komponente beschädigt ist. Hoffentlich waren die Informationen in diesem Artikel hilfreich, um sie in die richtige Richtung zu weisen und das Problem mit dem Fehlercode ihres Starter-Relais zu beheben, dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und die spezifischen technischen Daten und Service-Bültangs für ihr Fahrzeug sollten immer Vorrang haben. Untertitelung des ZDF, 2020